Hallo Leute und willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Scheiß-Badwars Wir spielen dann mit dem Nathan und hier mit dem Berufskopf und mit dem King King Let's Play Youtube Mein Name ist Nathan's List Hallo jetzt Nathan's List Nein Spaß, Nathan's List heißt der und ja, es geht los jetzt Nein, aber ich sag mal so, es ist ein YouTuber-Battle und nicht Badwars für mich Ah ja stimmt ja, es ist ein YouTuber-Battle, ist kein Badwars, sorry Alter Ja Leute, es ist ein YouTube-Battle, also ähm Ich hab schon mal Ease gewonnen Heute spielen der King Let's Play Minecraft, der Basti-Gamer und der Nathan-Swist gegeneinander Und wir sehen, wer heute der bessere YouTuber, äh, der... Du hast meinen Namen falsch gesagt Basti-der-Gamer Aber dann nicht gewinne ich Wir werden heute sehen, wer der beste Battle-Spieler von uns dreien ist Das bin jetzt natürlich ich Äh, ich freu schon mehr Ja, ich natürlich Er rollst der erst mal Ja, voll Kann da raus Hallo, ich cut so viel raus, wie ich will Na, ganz ist er nicht Du hast gesagt, du machst das also Ja, mach mal Na, gar nicht mehr, scheiße Ach, ja, guck Bist halt auch nur so eine Waschlappen Waschlappen Ich bin ein Topflappen Ich bin ein Waschlappen Ich bin ein Waschlappen Wenn der gerne da hinschreiben Basti-Rööfs incoming in 3, 2, 1 3, 2, 1 Tod Tod, Tod Tod Den Beiden Das heißt, das ist mein Sieg Ja Wir machen Format daraus Das heißt, ne, was ist Basti vs. King Let's play Habe ich ihn direkt gewonnen Da können wir uns ja nach Nach der Aufnahme dann darüber Diskutieren, wie wir das nennen Ob wir das so machen Oder ein YouTuber Battle sagen Und natürlich Leute, was ich euch sagen will Ich verlinke die natürlich beide nicht Ich weiß nicht, wie wir noch PS4 verlinkt Und ich weiß nicht mal, wie man ein Unpokat macht Das ist mir auch scheißegal Das war jetzt nur der wahre Und das bin ich Wie denn Ich gebe jetzt Das war eine blöde Idee Ich Wäre ich? Ah, 4 von sich Gold Wenn du runterkommst Da gibt es Schläge Du kriegst gleich Schläge, Alter Warum mache ich das? Ja, Uß, Alter Kein schönen Nater in seine Base Nein Stirb, stirb, stirb Einmal halbherz Einmal halbherz Einmal halbherz Oh Da muss erstmal ein Flitter sein Also Ja, ja Die auf Wien hat ein halbes Herz Ach, bin ja besser als du Ich hab grad Cock-Web-MG verkraft So, dann muss der nicht Weißen wir lachen mit So, ich bin auch Ich bin halt nicht Ich hab gegönnt, Alter Ich hab so OP Welch? Doch du Hä? Du hast 26 Gold Ich hab weggeschmissen Druckaufnahme Genau Ich seh auch schon den Bogen Also ich war dafür, dass wir das Format Nathan Was ist Basti, was ist Kinglicks Plänen Also irgendwie so Und dann gewinnt Und dann gewinnt Natürlich eh Und dann Ich nenn's King gewinnt Ich würd so ne Liste darüber Ich würd dann immer so ne Liste machen Also so ne Fühlen wo dann steht Wer wie oft gewonnen hat bisher Jaa Ich werde dich natürlich wieder 10-04 und am Ende Ist normal Danke Kann skai aufgeben Oh Komma ja Ne Lass mal Lass mal stecken Natürlich nicht auf den gehen der die wenigsten Abos hier hat richtig und ich will auch mal hier das coole wie meine aufnahme ich habe ich überhaupt okay ich bin der höchste ja das ist ja auch ein bisschen 100 jahrhundert zwei oder so 102 ich habe kein schwer doch mache ich natürlich er wird sich in einer perle rüber nichts mehr ich habe 24 das war mein export alles klar wird noch gerne ein deutsch besitzen ja ich auch gerne deutsch besitzen leute kann es ganz so deutsch natürlich in deutschland werbung denken ich wohne in deutschland dann kann sie super toll deutschland 8 und 8 im golfland da kommt da kommt die schütze in die darunter er muss machen schade er suche ich gerade ich warte ich habe ganz schön für den schlag 1 bogen normalen unendlichkeitsbogen normalen stärke 1 bogen keiner braucht die grüße für gehen auf seiner base free 60 one shot wie 60 one shot free 60 one shot ich kann nicht ausbauen das nur nicht angreist 24 ich habe angst vor dem display der hat ja hier in die tausenden milliarden scheiß gold habe ich gefahren ja bei rot da war das scheiße jetzt wir schlagen ich bin ich ja muss ich kurz nicht schützen machen das leben deswegen sind neuen update da schlag muss ich mache ich immer das nicht gedrückt sondern schlag also drücken auf das weiß schnell schlagen danke dass du mir 16 gold abhauen lässt bin ich nett so stellenweise mal ich finde ich auch nett da habe ich da habe ich nur so getan seit jemand ist bei mir jemand ist bei dir hinter dir tot ich komme ich konnte für die ok ich werfe jetzt in der perle dann kommt du hast dich mal eine hättest du eine hättest du in den 13er bogen nicht leisten können und das eisenschwert deswegen habe ich mit 16 und hier verstecke ich mich dann wenn er kommt und uns kein versteckt ok das war eine blöde idee zu bleiben ja vor allem wenn ich jetzt kommt aber kommt jetzt wo bist du scheiße natürlich steht da hinter mir ich bin auch dumm alter ich habe schon mal mit krank gesoffen ich habe mich da getränkt eisenschwerten alles so ich mache jetzt was ist mir alles egal wenn ich jetzt sterbe scheiße kommt ihr euch nicht gegenseitig das wäre viel einfacher ja hallo ging traut sich aus einem bau raus ich bleibe die ganze zeit nur hier ist kommt ging zu mir weil er scheiße ist was sie geht ist zu mir das erste schon mal geworden nein nicht noch nicht raus nicht noch nicht draußen hilfe in die mitte kommt nicht noch weiter braucht was sie dein bett ist gleich weg schaffst du nicht weil ich jetzt runter springen ja geh ich bin raus aber ihr seht jetzt noch so bis jetzt was die da noch machen mit musik das wäre zu lang das ist noch immer ich bin nur unsichtbar und schaue ich zu sind alle scheiß egal ich finde ich jetzt so hart kommt weg wie ich mal als maul mann ich habe mir gerade so viel gekauft du kaufst die stücke muss nur kurz das 1 wird ein ein sack kassieren doch wo allerdings kann mir hallo kinder darfst ich seine web abbauen ja warum guckst du zu jetzt response er nicht klar okay ich darf nicht das mit mehr bauen habe ich gelernt mal starke combo muss ich muss die ganzen ein kassieren hier einfach und hau rein mann alter fiktik kommen wir können keine zeit dafür warum man sein bett ab ging es nicht so was schmicks gemacht konntest du so wer das ist ja ich bin dauernd ich habe kein ich mache es ordentliches ok russer bett mir reicht natürlich keine chance hat im bundeson normales jahr gewonnen was doch nur geschickt ja gut der erste sieg dann king basti das nächste mal gehen wir zuerst auf ihn für uns einen punkt zu holen ich hatte 32 gold ich hatte ich hatte überhaupt kein gold du hast gold äpfel stimmt ja aber okay ihr seht auf jeden fall wer wie viele punkte hat und dann würde ich okay man sieht mich nicht jetzt da ja so ich mache es mal für uns alle drei also sieht das aus dass ich von jedem das video gefallen hat lasst doch gerne positiv bewertung bewertung da meine frisse lass dislike bei king da weil er gewonnen hat und das bleibt bei uns auch da alles ist ergeben nächstes mal gewinnen neuerer basti oder ich und dann sehen wir ich bin der meine wir sollten das format vielleicht nicht und was ist basti was das king nennen oder ja ich habe schon lange meine aufnahme beendet durch gestorben dann sage ich tschau eben Questo passt und dann blabberg ich bin der millimetrie die über die diese